Körpik! 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 Ja! Ich guck das gerade, gib mir die Fernbedienung. Nein! Gib her! Lass los! Weg! Scheiße, was soll das werden? Wenn du sie richtig würgen willst, Finger verschränken. Ja! Und jetzt festziehen! Ja, jetzt hat sie ein Problem. Warte mal, ich kenn dich. Du gehörst zu dieser schrägen Familie, nicht wahr? Wir sind nicht schräg. Wir stehen nicht so auf Wrestling. Woher wollt ihr das wissen? Ihr kennt's doch gar nicht. Ich hatte auch noch keine Rektalblutungen, bin mir aber sicher, dass ich auf sowas nicht stehe. Ich könnte dir ja ihren Kopf in den Arsch schrauben, um's rauszufinden. Hallo? Ich bin Ernst Morgan von der WWE. Wir möchten euch beide zum Probetraining einladen. Ja! Wir haben's geschafft! Das ist sowieso alles nur Fake. Wie war das? Oh! Entschuldigung. Das ist The Rock. Wir sind Riesenfans. Das ist nett, vielen Dank. Welchen Rat würden sie uns geben, wenn wir so werden wollen wie Sie? Wie heißt ihr nochmal? Mein Name ist... Es ist vollkommen egal, wie eure Namen sind. Ihr stört The Rock, du siehst aus, als hättest du die Sonne seit 20 Jahren nicht gesehen. Und du kommst wohl direkt aus Oliver Twist. Bitte, Sir! Bitte, haben Sie noch ein Rat für uns? Ihr wollt ein Rat? Ich hab ein Rat für euch! Haltet die Klappe! Danke, Duane. Gerne. Guten Morgen, ihr Wrestling-Nerds. Hier werden wir entscheiden, ob ihr in die WWE aufgenommen werdet. Das ist unsere Chance, Zach. Ich was? Wieso willst du zum Wrestling? Ich bin der härteste Bastard, egal wo ich bin. Oh, meine Ausdrucksweise. Hier sind Frauen anwesend. Entschuldigung, Miss. Tut mir leid. Die Namen, die ich aufrufe, kommen mit mir nach Florida. Paige. Ich danke euch vielmals. Sie müssen meinen Bruder mitnehmen. Niemand verdient es mehr als er. Ich wünsch dir alles Gute, mein Junge, aber hier ist die Endstation für dich. Weißt du, wie das ist, wenn man im Leben diese eine Sache will? Und dann nimmt sie dir deine eigene Schwester weg. Das war auch mein Traum. Ich habe keine Ahnung, wer ich da draußen sein soll. Du tust das nicht nur für dich. Du tust es für die Familie. Paige, ich selbst komme auch aus einer Wrestling-Familie. Ich weiß genau, was das für dich bedeutet. Kümmere dich nicht darum, so zu sein wie ich. Sei einfach nur du. Was? Hier ist Dwayne Johnson. Wie geht's Ihnen? Wer weiß es? If you said no! What the Rock is cooking. Ja, und ich bin wie ein Diesel-Kumpel. Tut mir leid.